Schalei! Defendieren! Na gut! Kleidiert sie mehr! Und die Waffen schnell wechseln, danke! Ich glaub der Gunnar, der kennt's ein bisschen Friendly Fire obendrauf in seiner Liste. Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Ich war bei ihm noch exemplarisch. Naja, das kann sie auch noch sein. Für eine halbe Minute noch. Was haben wir denn da für einen? Schampagne. Roter Schampagne. Schampagne? Schätziger, oder? Nee, danke. 10 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 5 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Kamerfee, after me! Surya, in place! 2 Kamerfee, up and running. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 3 Sekunden. Marus, oben direkt in den Trophy rein, glaub ich. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. Das Ding ist ja schnell. Nice. Amaru-Fern finde ich immer irgendwie geil. Warum sind wir denn jetzt im Kaminzimmer? Warum haben wir immer dieses scheiß Kaminzimmer? Tja. Wahrscheinlich schwere Objectives für starke Spieler. Ja. Mhm. Die führen die Tabelle noch. Die wissen alle anderen Maps sind zu leicht zu gewinnen. Aber wer hat ja in der anderen haben, haben sie das jetzt immer etwas schwerer machen. Weil sie es so überragend gewonnen haben. Okay. Wir sind in 10 Sekunden. Wir sind in 5 Sekunden. Ich hab Monty. Das war Mabu, glaub ich. Haben noch, boah, Gott sei Dank. Ich bin down, aber ich hab ihn noch. Sind wir da schon wieder im Keller, oder? Ja. Dankeschön. Bitte. Oh, okay. Ja, der hat die Wand aufgebreacht und mich dann auch weglaufen sehen. Der ist halt schon am Bareingang oben. Ist tot. Gut. Ich hab ihn erschossen. Wir werden aber auch in Richtung Keller irgendwo. Der muss da auch irgendwo sein, oder? Da, der Bar. Sehr schön. Aber wie kann der Secure, wenn denn der Bar ist? Hört die Bar dazu, oder was ist dein Eckert? Ja. 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 Ich will ja schließlich Leben nach Hause kommen. Ja. Ja. Hab jetzt mal gelöft, ob wir jetzt angreifen. Das ist aber schön. Oh, nein, ja. Oh, scheiße, der Federer. Ist ja noch Thorn. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ohne Werftritt funktioniert. Der Chakka hat direkt runter geschwungen. Aufmacht, Fanny. Ja, mach mal. Ich ruf mal an. Oh, die Erschladung hat es nicht geschafft, ein Stachelrad wegzusprengen. Nein, hier kommt vorne ein Schlafzimmer. Vorne ein Masken. Ich ruf an. Ja, einer ist ein Trophy. Das war der von Trophy. Okay, vorne ist tot. Schade aber auch. Ich hätte eigentlich den Dings auch schon haben müssen, die Thorn. Aber die hat kein Geräusch gemacht, obwohl du angerufen hattest. Da hab ich dann nämlich eine Claimor hingestellt und plötzlich hatt sie vor mir und dann hör ich sie eures. Der Fuck. Ja, ganz merkwürdig. Oh, Kackraum. Das schreit nach Ying. Blenden, bis die Netzwerke explodiert. Das schreit nach Granaten. Ja. Du wusstest ja auch ganz praktisch da oben. Das kann ich zeigen. Das ist volle Programm. Dann sehen sie wenigstens nicht, wie sie sterben. So schön. Wenn sie es nicht mal kommen sehen, wollen sie gar keine Angst haben. Es ist schnell vorbei. Ist so. Oh, die Luke ist auf. Sehr spannend. Die haben wieder Chunky-Chan. 5 Sekunden bevor insertion. Arcel. Das ist eine Einladung. Fenway ist AFK. Oh, unten ist einer. Mhm. Wo ist der Fuse? Da hinten irgendwo rum, ey. Ja, dann ist halt zu spät. Das ist halt so. Bist du hier noch Fusen, oder? Ich bin nicht Fuse. Ja, ich bin nicht so. Das ist viel überwamen. Ich binhole. Flügel! Ich bin niemals. Vomden. Chor. Ich bin nicht auf. Bis zum Boden. Wir sind zu. Ich bin nicht auf. Warten. Wir sind da. Boah! Jack me zum kleinen Raum. Boah, Gott sei Dank, Alter. Alter! Ich weiß nicht, was da passiert ist. Der Fuse hat plötzlich losgefused, während ich da drin war irgendwo. Ich weiß noch nicht wie. Oh Gott. Das ist ganz wild. Ich brauch ne Pitti-Pause. Boah, ich weiß nicht, ob ich unsere jetzt gut fand, muss ich ehrlich sagen. Aber sie waren jetzt auch nicht voll scheiße. Ich hab jetzt gar nicht so großes Gericht von denen, aber... Ah ja, gut. Wenn's nix negativ ist, dann kann man's ja positiv werden. So ist's richtig. Sorry, Anja ist der Chefin. Ja, so ist das.